Könnt ihr euch vorstellen, dass unsere gesamte Welt insgeheim von Außerirdischen infiltriert wurde? Laut Edward Snowdens aktuellen Enthüllungen über UFOs ist genau das der Fall. Der Whistleblower, der 2013 das erste Mal in den Medien erschien, veränderte die Welt. Die Lügen, die Snowden aufdeckte, sind schockierend und rufen uns dazu auf, uns nicht länger täuschen zu lassen. Alle Beweise deuten darauf hin, dass Aliens längst unter uns sind. Während seiner Zeit bei der National Security Agency NSA und der Central Intelligence Agency CIA war Edward Snowden angeblich im großen Stil an Abhöraktionen beteiligt. Edward Snowden entschied sich nicht weiter zu schweigen und deckte ungeheuerliche Vorgänge auf dieser Erde auf. Snowden war schon als Teenager ein Computerfreak und arbeitete später als IT-Spezialist für eine Firma, die auch Aufträge von der NSA ausführte. Später wechselte er in den direkten Dienst der beiden größten US-amerikanischen Sicherheitsdienste. Snowdens provokanteste Enthüllungen brachten nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst das Ungeheuerliche ans Tageslicht. Die USA und viele andere Nationen dieser Erde hören die Bevölkerung systematisch ab. Snowden enthüllte, dass jedes Handygespräch, jede E-Mail und jeder Facebook-Post von Geheimdiensten kontrolliert wird. Diese Enthüllungen haben weltweit eine Debatte über Datenschutz, Überwachung und Bürgerrechte ausgelöst. Es wurde klar, dass die Regierungen dieser Welt normale Bürger systematisch hintergehen und belügen. Snowdens Enthüllungen konzentrierten sich zunächst auf die Überwachung der Menschen, doch es gibt weitere Hinweise, wonach wir nicht nur in Bezug auf unsere Bürgerrechte und kommunikative Freiheit getäuscht werden. Snowdens Arbeiten und weitere Zeugenberichte legen nahe, dass die US-Regierung und vermutlich viele weitere Regierungen dieser Erde von außerirdischen Wissen und uns dieses Wissen vorenthalten. Woher kamen die grünen Lichter über Europa? Ein Beweis für Aliens, der als Foo Fighters in die Geschichte einging, sind mysteriöse grüne Lichter, die in den letzten Monaten des Kriegsjahres 1944 über Europa auftauchten. Zunächst dachten die US-Luftwaffenpiloten, die Zeugen dieser Lichtsignale wurden, es handele sich um irgendein geheimes Projekt der Nazis, doch sie täuschten sich. Das mysteriöse Phänomen war zu seltsam, als dass Menschen oder irgendeine bekannte Technik dahinter stecken konnten. Die grünen Lichter erschienen als leuchtende Kugeln, fliegende Scheiben oder pulsierende Lichtketten. Sie folgten Flugzeugen in so ungewöhnlichen Flugbahnen, dass die Sicherheitsdienste, die eingeschaltet wurden, um das Phänomen zu untersuchen, ausschließen konnten, dass es sich um feindliche Flugzeuge handelte. Außerdem waren die Lichter friedlich. Sie tauchten auf, hüpften am Firmament herum, flogen scharfe Winkel oder schienen US-Kampfjets zu beobachten. Plötzliche Richtungswechsel und schnelle Geschwindigkeitsveränderungen konnten unmöglich von Flugzeugen stammen. Einige der Lichter sollen senkrecht zum Himmel aufgestiegen sein, um dann blitzschnell einige hundert Meter geradeaus zu fliegen und wie im Nichts zu verschwinden. Die Berichte über die Foo Fighters blieben lange Zeit geheim, da die Luftwaffe besorgt war, dass solche Geschichten für Unruhe unter den Piloten sorgen könnte. Einige Paraforscher vermuten, dass die Lichter zu einer außerirdischen Spezies gehörten, die die Kriegsvorgänge beobachteten. Echte UFOs landen in einem Vorgarten in Las Vegas. Stellt euch vor, ihr sitzt vor dem Fernseher und plötzlich leuchtet ein grelles grünes Licht in eurem Garten. Ihr steht auf und schaut hinaus. Da seht ihr eine fliegende Untertasse, die gerade auf eurem frisch getrimmten Rasen gelandet ist. Ganz so ging es einer Familie im Spielermecker Las Vegas. Der Familienvater ging hinaus in den Garten, weil er seinen Augen nicht traute. Dort traf er auf zwei menschenähnliche Wesen, die neben dem Flugobjekt standen. Das metallische Gefährt glänzte im fahlen Mondlicht und versetzte die Familie in einen Schockzustand. Der eine Außerirdische starrte den Vater an und schien ihm telepathisch anzuweisen, Ruhe zu bewahren und Abstand zu halten. Wie angewurzelt stand der Mann da. Erst als die Aliens eingestiegen waren und die Untertasse wieder abhob, zückte der Vater mit zitternden Händen sein Handy und nahm ein Foto von den außerirdischen Wesen auf. Der Mann und seine Familie beschrieben die Aliens später als sehr glatt und schön mit glühenden Augen und eine Aura des Mysteriösen. Die Familie konnte kaum glauben, dass sie Zeuge einer Begegnung der dritten Art wurden und alarmierten die Polizei. Trotz umfassender Untersuchungen konnte aber nicht geklärt werden, worum es sich bei dem Phänomen handelte. Die Familie beharrt aber trotz Zweifel seitens der Behörden darauf, dass Außerirdische in ihrem Garten gelandet sind. Was wissen Kampfpiloten über UFOs? Im Jahr 2004 wurde vor der Küste Kaliforniens eine Übung der F-18 Super Hornet plötzlich unterbrochen, als ein ungewöhnlicher Anruf über das Funkgerät einging. Commander David Fravor und ein weiterer Pilot wurden losgeschickt, um eine ungewöhnliche Radarscheinung 80 Meilen vor der Küste zu überprüfen. Was sie dort sahen, war äußerst seltsam und sollte das Leben der beiden Männer für immer verändern. Sie sahen ein weißes Objekt, das wie ein glatter, weißer Tic-Tac-Bonbon oder ein riesiger, weißer Gastrank aussah. Das Objekt bewegte sich in alle Richtungen gleichzeitig und schien sich damit nicht sonderlich um Gesetze der Physik zu kümmern. Fravor beschrieb, wie das Objekt plötzlich verschwand, als er sich ihm näherte. Die Begegnung wurde von anderen Piloten bestätigt und später dem Pentagon gemeldet. Diese Begegnung ist nur eine von vielen, die Kampfpiloten machen. Offiziell heißen die Flugobjekte bei der Navy Unidentified Aerial Phenomena oder kurz UAP. Luis Salisando, der ehemalige Direktor des Advanced Aerospace Threat Identification Program des Pentagon, bestätigt, dass über mehrere Jahrzehnte hinweg das Verteidigungsministerium und die Geheimdienstgemeinschaft immer wieder auf Objekte gestoßen sind, die sich in unserem Luftraum bewegen, aber keine erkennbaren Flügel, Cockpits oder Anzeichen von konventionellem Antrieb haben. Diese Objekte scheinen die Schwerkraft zu überwinden und verhalten sich auf eine Weise, die nicht mit uns bekannten Technologien erklärt werden kann. Die Objekte sehen völlig unterschiedlich aus. Mal sind es klassische fliegende Untertassen, dann bonbonförmige Teile, wie David Fravor eines gesehen hat, oder aber die Flugobjekte tauchen als lange Zigarren oder Kugeln auf. Im Jahr 2020 wurden drei Videos vom Pentagon freigegeben, darunter das berühmte Tic-Tac-Video, das im Januar 2015 an der Ostküste aufgenommen wurde. Die Freigabe dieser Videos hat zu einer verstärkten öffentlichen Diskussion über das Phänomen der UAPs geführt und Fragen aufgeworfen, ob wir möglicherweise Besuch von außerirdischen Lebensformen haben und das normalerweise nicht mitbekommen. Und es kamen Fragen auf, ob die Regierungen dieser Welt von diesen Flugobjekten und möglicherweise auch ihren Piloten wissen und das systematisch verheimlichen. Ein weiterer Insider packt aus. Luis Elizondo war ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, der am Advanced Aerospace Threat Identification Program AATIP beteiligt war. Im Rahmen der geheimen UFO-Forschungsprojekte des Pentagon untersuchte Elizondo mehrere fantastische Sichtungen von UFOs. Mit seinem Wissen durfte er aber nicht an die Öffentlichkeit gehen. Elizondo schwieg, bis er aus dem Dienst ausschied. Dann wurde er zu einem leidenschaftlichen Ufologen und veröffentlichte sein Wissen über Dutzende Sichtungen von fliegenden Objekten, für die es keine rationale Erklärung gibt. Elizondo betont dabei immer wieder, dass die Objekte, von denen er Kenntnis gewonnen habe, eindeutig keine Lichtspiegelungen oder ähnliche natürliche Phänomene gewesen seien. Bei den Objekten handele es sich eindeutig um Flugkörper, die mit einer Steuerung und einem Antrieb versehen waren. Viele dieser Objekte bewegten sich ungewöhnlich schnell oder vollführten Flugbahnen, die nicht mit den uns bekannten Gesetzen der Physik vereinbar sind. Sammelt das US-Militär fliegende Untertassen? Was würdet ihr sagen, wenn die USA eines Tages selbst mit fliegenden Untertassen über den Planeten fetzen und alles kontrollieren? Glaubt man David Charles Grush, könnte das so bald Realität werden. Grush war als Offizier der United States Air Force unter anderem im Afghanistan-Krieg aktiv. Nach seinem Kampfeinsatz bekam er einen Job bei der Unidentified Aerial Phenomena Task Force zur Untersuchung von UFO und UAP-Phänomenen. Von 2021 bis 2022 war Grush der stellvertretende Leiter der National Geospatial Intelligence Agency. 2022 reichte Grush eine Whistleblower-Beschwerde beim US Office of the Intelligence Community Inspector General ein. Grund waren seine Pläne, geheime Akten der Behörde öffentlich zu diskutieren. 2021 hatte Grush bereits eine ähnliche Beschwerde eingereicht, nachdem er von sonderbaren Dingen Kenntnis genommen hatte. Angeblich hätten ihm US-Beamte, deren Identität er nicht offenlegte, gesagt, dass die US-Bundesregierung ein streng geheimes UFO-Rettungsprogramm unterhalte und im Besitz von nichtmenschlichen Raumschiffen und Biologica sei. Mit Biologica sind in diesem Fall die toten oder überlebenden Piloten der UFOs gemeint. Grush zufolge sammle das Pentagon abgestützte Raumschiffe ein und bringe diese an geheime Orte, wo die Technologie der Vehikel genauestens studiert werde. Mit den Piloten werde ähnlich verfahren. Während Grush' Anhörung vor dem Kongress der US-Regierung traten weitere Zeugen wie David Fravor auf und bezeugten viele Sichtungen von fliegenden Objekten, die eindeutig nichtmenschlichen Ursprungs waren. Grush' Vorgesetzte stritten vor dem Staat alles ab und stellten den ehemaligen Offizier als einen kriegstraumatisierten Lügner hin, der sich wichtig machen wollte. Grush hatte nach seinem Afghanistan-Einsatz eine Weile unter Depressionen und Alkoholabhängigkeit gelitten, doch er bezeugte, dass dies nichts mit seinen Ermittlungen im Falle der UFOs zu tun habe. Im Juni 2023 machte Grush seine Enthüllungen auf der Webseite The Debrief öffentlich und gab mehrere Fernsehinterviews. Darin wiederholte er stets seine Kenntnisse und gab an, dass das Pentagon sehr wahrscheinlich an geheimen Programmen arbeite, um die Alien-Technologien für sich selbst zu nutzen. Kurz gesagt bedeutet dies, dass die US-Regierung selbst UFOs baut oder die Technologien der Außerirdischen für eigene Waffen und Rüstungsprogramme nutzen möchte. Sollte sich das bewahrheiten, könnten dubiose Pläne dahinter stecken, die Welt über absolute technologische Überlegenheit immer weiter zu beherrschen. Das klingt wenig vertrauenswürdig, oder was meint ihr? Lasst es uns nach dem Video auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Wo sind die Aliens? Nehmen wir an, all diese Zeugen haben Recht und unsere Lufträume sind voll von außerirdischen und fliegenden Untertassen. Dann müssen diese Wesen ja aber auch irgendwo herkommen. Im Zusammenhang mit diesem Thema stellen sich weitere brisante Fragen wie, wieso haben wir bisher keinen einzigen bewohnten Planeten ausmachen können, oder wieso treten die Außerirdischen nicht mit uns in Kontakt? Scheinbar gibt es hunderte Berichte, wonach Außerirdische Menschen entführt und zu Testzwecken missbraucht hätten. Einige davon ähneln sich auf erschreckende Weise. Robert O'Dean war ein ehemaliger Mitarbeiter der NATO und behauptete, die NATO und die US-Regierung wüssten von der Existenz von mindestens zwölf außerirdischen Spezies. Einige davon sollen Menschen so ähnlich sein, dass sie sich ganz normal auf dem Planeten aufhalten und von uns gar nicht erkannt werden können. Dean behauptete weiter, dass einige dieser Spezies auch aus anderen Dimensionen stammen würden. Sie haben eine ganz andere Form und bestehen mehr aus Energie als aus Materie. Er warnte auch, dass nicht alle diese Lebewesen freundlich seien. Wenn diese Wesen aus anderen Dimensionen stammen, könnte das zumindest teilweise erklären, wieso die Wissenschaftler von SETI bisher kein einziges Lebenszeichen von Aliens im All gefunden haben. Seit Jahrzehnten lauscht die Organisation, die von Carl Sagan, einem herausragenden Wissenschaftler und Astrophysiker, ins Leben gerufen wurde, mit gewaltigen Radioteleskopen ins All hinein. Bisher tauchte dabei kein einziges Funksignal oder eine ernstzunehmende Technosignatur auf, die auf die Existenz von außerirdischem Leben im All hinweisen. Apropos hinweisen, wir weisen dich jetzt auf unseren Kanal hin, denn dort findest du noch viele weitere beeindruckende Videos wie dieses. Klick gern auf Like und Abonnieren, denn so verpasst du nichts Neues mehr. Bis bald!